Yo yo yo, ey Leute was geht, Blayweg wieder hier am Start und ich spiele natürlicherweise Winscap wie man sieht Ich muss euch kurz was erzählen und zwar die letzte Aufnahme war beim Drehzahl abgebrochen worden Und genau zwei Minuten, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, genau nach zwei Minuten habe ich das Drehziel geknackt Hab sofort natürlicherweise wieder aufgenommen, hab so einen Screenshot gemacht wie ich das gelöst habe Und wollte das einfügen, aber dummerweise sind meine Folgen weg, weil ich speichere jede Winscap Aufnahme Also bei Camtasia immer mit Winscap, Punkt, fertig ne, alle sonst gar nichts, keine Eins, keine Zwei, kein gar nichts Und danach bei der Camerok Datei, also die Camtasia Abspeicher Datei, da stand Winscap und dann hatte ich schon drei Winscap Folgen Ich dachte das, ich habe die Folgen aus der Aufnahme rausbekommen, war aber nicht so wie ich dachte Und mein Denken war an dem Tag ganz schön falsch, weil ich habe in diesem Moment gerade gemerkt, also vor genau zwei Sekunden Dass meine kompletten Folgen weg sind, äh Folgen sage ich, meine komplette Aufnahme Ja, wir haben, ich hatte schön weitergemacht, ähm, die Schatou hat sich beendet Falls ich doch die Schatou finden sollte irgendwo, werde ich sie hochladen, aber verläuste ich nicht drauf, ehrlich Ähm, auf jeden Fall haben wir 300.000 Gold gefunden, was ich sehr episch finde Ähm, und ja, das Rätsel war schon Nervenaufreihen, ich hatte langsam irgendwie total kein Bock mehr Ähm, aber das nur kurz am Rande gesagt, und ich muss, ich schreie vielleicht ins Video, aber das kommt daher Weil Camtasia sowas von Spack Jedes Mal werde ich meine Stimme lauter stelle, kommt so ein Pfeifen Das, ich habe mir meine Risky Folgen angeguckt, das kotzt mich an Und wie ihr euch da anfühlt, äh, ob ihr euch da fühlt, würde ich gar nicht wissen Doch eigentlich schon, aber ich kann es ja denken Ja, das, was ich vorbereitet habe, ist hier ganz schön zu sehen Wir sind in Feenmärchenland, Land der Träume, in dem fucking Versteck hier Sehr schön gemacht Ich will das Abenteuer Feenmärchen 3 machen Benötigte Gegenstände Oh, Feheran, das zeig ich nicht Boah, bin ja nicht gesagt Naja, habe ich nicht dabei, mal gucken Auf jeden Fall, muss ich erstmal mit 1000 Klug reden Damit ich ohne diesen Stab What the fuck Okay Ähm, damit ich ohne diesen Stab, der mal mich hierher teleportieren kann Weil, das ist einfach nur Wo stehen die Königen, Alter? Da Die Rote, in den Roten Warte Komm mal mit Da, doch die in den Roten Hallo Majestät 1000 Klug sagte, sie bräuchten meine Hilfe Gut, dass sie hier sind bleibe Wir haben so viel zu besprechen, wir werden den Feen, Parten, den Krieg erklären Können wir auf ihre Hilfe zählen? Krieg? Ja, aber ich helfe doch gerne Ja, nehm ich mal an Ja, ja Eigentlich könnt ihr einfach weiterklicken, was die ganze Flöse da Ja, ja Z... ZFM ZFM Stranggeheim What the fuck Ach, ich hab's angefangen Die Fehlkönigin hat sich mit der Zahnfee bekannt gemacht Die eine wahre Meisterin aufsichtig von Schlagfee ist Zahnfee Die soll uns doch nur Geld unter ein Kissen darlegen, wenn da ein Zahn liegt Ja, ja Formalitäten Was ist ZFM? Geheime Sache hab ich da gerade daraus gehört Ähm Ich soll jetzt ZFM einballern Kann ich gerne machen Ähm ZFM Da ein Schaf Nice Nice, war an Z... ZFM gibt's gar nicht, also Ah, ich kann auf jeden Fall direkt wieder zurück zum Lager Das muss ich jetzt mal nachgucken Ja, ja Ja, ja Hab ich schon Rotet die Televisie Ja Zahnwenn ich Zahnwenn ich Eine Geheimfaffe ZFM Erzähl aus Außerdem hat eine Einweisung verbunden Bestätigt nur den roten Projekten neben dem Tisch in der Einweisung Erfangen Achso, ich muss wieder zurück Ich glaube dieses Lied hatte ich schon mal im Let's Play, kann das sein? Also, der ist komplett der Remix da Wenn ja, dann tut es mir schon mal leid Aber hey, what the fall Das ist der Projekte Aus Holz Naja Alles klar Wenn du jetzt leuchtest, dann weiß ich auch nicht weiter Anschalten Achtung Die Einweisung enthält flakante Ja, ich möchte lieber keine Einweisung mit flakantem Bildern sehen Okay, nice True 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 One One Two One One Two One One Ehe, das flackerte trotzdem what the fall Ja, Film gehen bis zum äußersten und Studium und Experten und Gehalt und so alles Ja Alter, so will ich auch mal, dass mein Knochen ich habe echt keine ahnung ich muss nachher gegen mehrere 118 kämpfen das wird ein spaß sagt dass ihr nun alles wissen werdet über die zahlen wie man hier wisst ihr bekommt weiter informieren wir waren die zwei Jahre eine weitere Anwesung züglich des Eifersplans bereit betätigt erneut dem Projektor in dieser Zwischenzeit äh Sequenz erfahrt ihr dass der Partner sein Produkt zu Dimension des Orks und sich selbst durch ein Schutzschutz schützt okay ihr bekommt nun von der Zahn für den Aufdrückung im Feind gewählt ein Zauberstab die Geheimwaffe zu holen fragt wohl diese finden und sie antworten dass er sich in ihrer resistenz in Zahnarys befindet bestätig dass dieser Zauberstab holen wird holen werde ich allerdings zunächst prüfen stellt euch die Aufgabe ein Uzi Ultra Zahn zu Improvisation zu bauen what the fuck alter in dem Jahr ein Hammer mit einer Gartenschere benutzt begibt euch in einen Klammer den haben wir die Gartenstelle von den Kissen und benutzt den mit einem Zahn 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 oh man halt mal die Fresse man Alter willst du mich verarschen halt mal die Fresse man ey reg mich auf leck mich am Arsch egal ich schreibe dich doch alles mit der Zahn Fee was ist denn bei dem kaputt man ich schweiß auf ein um ein um morgens gleich so hallo wenn es denn es bis derzeit nicht russien musik vorallofen ja ich weiß auch nicht ja nun mal das hier zu guter letzt kam der durchbruch in einer verzauberten parzelle kontinuiert zahntiere anfangen die genauso aus wie der besitzer des zahns und so zumindest ähnlich wie es ist das die Falle noch von die 20 hier ist krank rückgröntel dicker was geht alle Brüder kommt schon auch mal hier konnte fleisch machen so gut das sollte ich gar nicht drauflegen drei ort generell ja die mache ich einfach alle von ja ich bin soweit los geht es weiter ja dieses klatschen habt ihr vielleicht gehört aber diese musik geht so ab und 155 General ich sag mal das sind keine die Kündigungen er das ist aber jetzt scheiß hier 3 4 4 der liegs hier sofort aufm Wohnen gleich kommt der Retter dieser Welt kennt die auch mal aufhören mit diesen verdammten Zwischensequenzen ja scheiß mal auf die Schutzschilder man was wird auch zum Ork alle 175 ja ja Zanaris brauchte ich brauchst du nicht so jetzt na dann ist ja alles ich glaub was passiert jetzt gute Fragen Soldat und weiter und testen strengte Anomission Ortungssystem auf Diät um welche Waffe verantelt sich um diese Zahnfee das ist ein Zauberstab wo findet wo befindet sich Zauberstab ja ja ich will die Zauberstab das ist eine Uzi eine Ultra Zahnzug Improvisation natürlich natürlich dann brauch ich mal eine Uzi was sagt Nordwestlich ja Nordwestlich ok ich lege einmal einmal essen fallen so ich bin wieder da mein Vater ist gerade reingekommen muss sie mit mir jetzt eine halbe Stunde diskutieren und jetzt weiß ich nicht mal was ich machen wollte ich muss nochmal nachgucken sorry voll aus der Stimmung aus ey so ihr bekommt nun ja das habe ich ok kapit guck mal ach so ok ich muss jetzt erstmal wieder komplett zu sehen was ist hier denn los machen wir mal kurz das Rädchen was ist das denn? in der Stirn auf der Fall ähm äh später ich löst kein Platz für euch meine Gnacht so wo muss ich denn hier lang hier Südwestlich und dann Feenring die Motorbruchdinge hier müsste auch noch so ne 10.000 DAS sein 10.000 DAS so 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 WTF ja ich bin jetzt Zanaris im Witz ähm begübte ich in Zanaris nach Westens in den Häusern nördlich der Bank genützt wird eure Zunge um aufzuschließen gehe ich hinein und rede ich mit Kranzer fragt ob euch den Zauberstab gilt wenn ihr etwas für ihn tut dann müsst ihr seine Laune aufbissen, indem wir folgendes anfühlen die Reihen folgen kann von spieler zu spieler anders sein du bist ein toller wach Zahn mit hübschen Hackern äh alter Telefon ne scheißegal ich hab noch nie einen so tollen Traum auf dem Zahn gesehen man sieht an deinen Schreien dass du dich regelmäßig burstest dein Prämolagenvorfahren brav an ihn Abstammung ein mettet Men nicht ass ganze start Dr und Vielen Dank.